da bin ich wieder mit Lads Play Crash Bandicoot 2 und da ist noch mal wir sind hier gerade im Crash Dings da ist er schon da erreichbar ist es geht aber auch noch einer aus der Ruhe ist auch noch was also öffnen ich höre nicht gut das ist nicht gut das ist gar nicht gut erinnert euch vielleicht noch an ein Level in dem es sehr viel Nitro vorkommen er hat das an so wiesen stellen toll ich bin begeistert auch Köln ja da kann man hinten ja wie so ne da kann man vornehmen kommt jetzt kommen mal in die Gänge da du brauchst schlitzscher ha 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 ja ha 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 ja ha ha Loppern ich bin gut und Bogen mit 9 Nulli so schön verdammt soll ich wieder weg ja komm dass wir ganz normal sein ja gut braver igel toter igel hier und hier ist aktiviert er sagt wird sehr gut so jetzt kommt diese stelle ich werde jetzt werde ich grausam am nitro sterben komm du pingüin 3 dreh für mich komm 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 ich will nicht springen sonst macht's die liebte ist da habe ich mich nicht im freilich das kräftig ich hab doch gar nichts gemacht doch ich hab gewählt nein wir schon wieder kommt k ja 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 so 9 9 langsam habe ich dann wäre ein bisschen raus ja komm hier mit kleinen Sprüngen ja okay nochmal ja gut ganz sehr gut so jetzt kommt der Teil der ja juhu komm ja juhu ich bin gut manchmal nicht immer aber immer wie kein Künstler wer wies wenn sie hier im Grunde verstecken würden ja du wirst hier was erforschen vergisst es an 4 we ja nie 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 le dass die Däpfel dass die Däpfel das gibt er hat sich schon vorher bemerkt das kann so gar nicht funktionieren treu jetzt noch Teilen abpassen hat das kann ich mittlerweile nach 125.000 Todes sollte man das auch langsam beherrschen gut gut schön treppe auch gut phänomenal auf kommt bitte alle Kinder jetzt habe ich mir sogar die Mühe gegeben Naja wieder ein Level abgeschlossen das ist doch auch gut ruine ich das wird mich ruinieren definitiv das wird mich definitiv freuen hier auch hier dunkle Ahnung dunkle Ahnung bestätigt ich bin immer ich bin jetzt geht es geht genau so genau so nicht anders so was man nicht komplizieren er nahm so her wunderbar wunderhübsch ich bin begeistert ja wir haben das Level explosiv begonnen werden es hoffentlich nicht mit einem Knall enden die Kräuter Kisten das ist hinterhältig das zählte er war ein nicht okay es zu spät gesündet Rien und warten hat sie an die können das war auch nicht nicht nur die Zusammenarbeit klar was soll es sonst sein man soll möglichst noch mit dem Sprung merken scheiße das war nicht gut er war ein paar das ist ja er hat gut warten jetzt kann ich springen vor Checkpoint Checkpoint das sind deine Freunde die nicht jahahaha hahahaha ich glaube er ist nicht mal wegen TNT gestorben deswegen ja so rüber gesprungen haha ich hab die Bums was ist nicht gut ja okay geht zwar noch ja eine Maske so das wird hier voller Nitros sein ganz ruhig ganz ruhig Booyah okay das ist nicht gut die fallen nicht runter oder? nein 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 gut da bin ich froh Bonus Level juhu aha ist dahinter Nitro? nein gut da bin ich froh toll so schon besser man hallo so endlich man nein 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 definitiv er ist schuld nicht ich ja ja ich habe die Maske nicht mehr nein ich werde die beiden die weißen Kisten da oder diese schämenhaften Kisten oder wie man den auch immer sagen will das ist sicher TNT ich kann das langsam was nein 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 nicht nochmal TNT nicht okay gut das ist jetzt eher überraschend ja das nicht mehr das ist klar ich muss wieder runter also runter so runter ich muss auf das TNT springen und dann auf die Kisten irgendwie auf irgendeinem naja okay das ist Bonus Level werden wir das nächste Mal wenden also ciao ciao und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal